So, und wer macht's? Oh, die Lena ist verhältlich wenig schlecht aus dem Start gekommen. Die Dominique war ein wenig schneller, aber das hat die Lena auf den ersten 10, 15 Meter wieder gut gemacht und liegt jetzt eben diese Meter, die ich gesagt habe, vor der Dominique auf Position 1. So, jetzt kommt sie in die zweite Kurve, schaut ganz, ganz kurz drüber zu mir und fährt weiter, ohne sich umzudrehen. Das hat sie dem Depp versprochen. Jetzt fährt sie ihren zweiten Tagessieg entgegen. Und ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, würde ich mal behaupten, wir sehen hier die süddeutsche Meisterin der Klasse U9 auf ihren letzten Meter, Lena Papershofer. Finale!